Massive Vorwürfe gegen Alice Weidel In einer aktuellen Debatte in Deutschland stehen Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel von der AfD im Mittelpunkt, die angeblich in ihrer Doktorarbeit plagiiert haben soll. Ein namhafter Professor, der als Quelle in der Arbeit zitiert wird, hat diese Vorwürfe jedoch als grundlos zurückgewiesen. Die Vorwürfe wurden durch ein anonymes Gutachten bekannt, das von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Dieses Vorgehen wurde kritisiert, da anonyme Quellen und deren mögliche politische Motivationen nicht offenbart wurden. Die Debatte hat auch eine Diskussion über die Verantwortung und Ethik im Journalismus entfacht, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit anonymen Quellen und die potenzielle politische Beeinflussung. Ein weiterer Aspekt der Diskussion betrifft das Timing der Vorwürfe, da sie in einer Zeit kommen, in der die betreffende politische Partei in Umfragen Zuwächse verzeichnet. Es wird spekuliert, dass die Vorwürfe Teil einer politisch motivierten Schmutzkampagne sein könnten, um den Ruf von Alice Weidel zu schädigen. Solche Taktiken sind nicht neu in der politischen Landschaft und werfen Fragen nach der Fairness und Objektivität politischer Berichterstattung auf. Die Debatte erstreckt sich auch auf die Rolle von Plagiatsjägern und deren Transparenz. Während einige mit offenem Visier agieren und ihre Identität sowie ihre Finanzierungsquellen offenlegen, bleiben andere anonym, was zu Misstrauen und Zweifeln an ihrer Glaubwürdigkeit führt. Insgesamt zeigt der Fall, wie komplex und vielschichtig die Diskussion um wissenschaftliche Redlichkeit, politische Manipulation und journalistische Ethik sein kann. Es unterstreicht die Bedeutung von Transparenz, Verantwortung und kritischer Prüfung in der öffentlichen Debatte, insbesondere wenn es um Vorwürfe geht, die potenziell karriereschädigend sein können.